so wir sind wenn man 6 Prozent für gewohnt übrigens in der Straße in der Schlosser Nähe im Hotel da kriege ich ganz viel Geld Mutter Hans-Peter Fischer Straße 39 Prozent das kann es mehr spielen bis zu spüren aus seinem Schlimmsten so so ein billiges Versteck weißt du so da hätten sie nicht gleich noch einen Pfeil hin machen können ja das war es gut dass ich mal dabei war ausnahmsweise ok wohl ja konnte ich jetzt auch nichts machen ich muss mir merken ich darf dich nicht in die Luft aktivieren weil das verschießen wir mal in der Flugkurve das hast du eigentlich schon in Welt 8 bemerkt hm aber ich merke alles klar alles klar ich bin gesprungen ich bin gespringt ich bin gespringt Betrug was ist das Geschiss ist dies abgegartetes Spiel die Spiel ist auch gekauft ja von mir auf Amazon hey Er kauft den Spieler auf Amazon. Er kauft den Spieler auf Amazon. Er kauft den Spieler auf Amazon. Er war gebraucht. Und billig. Ich glaube, gebrauchte Spiele sind im Laden hier billiger. Gebrauchte Sachen sind, glaube ich, im Laden billiger. Weiß ich nicht, 15 Euro? Ah, und ich habe darauf geachtet, dass ich nicht die Nintendo Select Version habe, weil ich... ...wenn mich der Rahmen stören würde. Ja. Gott, das ist so ein Level, das spielt man auch besser alleine. Aber das geht von der Schwierigkeit her. Naja, das geht schon, aber... Das ist das, was du mir gewünscht hast, präzise Sprünge. Und jetzt schaffen wir es nicht, toll. Hepp. Hast du diesen Jump gesehen? Hast du meinen gesehen? Was war das für ein Jump? Ich blende nichts auf dem Bildschirm ein. Alter, du hast mich gestrumpft! Er schubst du mich runter und dann? Ja, warum springst du nicht? Weil ich mich hier gerade noch an der Kante gerettet habe. Ich würde... Ich hab wirklich quasi auf den letzten Pixel in der Hitbox ergeben, und dann kommst du da her. Boing. Ich würde ja eigentlich einen Pilz vergeben dafür nehmen. Wieder nicht. Das Problem ist an der Geschichte. Was ist der? Der ist nicht gejummt. Das Problem ist, dass ein Pilz sie wenig bringt. Okay, ich dachte, man kommt da hin, schade. Ich hab Kopf, dass man da hin kommt. Jetzt zeige ich mal, wie das geht. Es wird schaden, dass es nicht gefehlt hat. Also ich. So. Okay. Die beiden sind gleichzeitig. Das ist gut zu wissen, würde ich sagen. Nein, falsch. Scheiße. Okay, I know how to do this. Ich wusste nicht, ich dachte irgendwie, die ich das folgte, musste jetzt weiter. Naja, würde, sollte es eigentlich auch so. Wäre sozial. Aber genau. Ich hatte dann gedacht, dass das Spiel das ist Zeng. Und hat dann gedacht, mohahaha. Wie wollen du das? Das 2085 sind bullshit. Und ich sammle hier den absolut unnötigsten Scheiß. Der braucht schon wieder einen Pilz. Siehst du, wie geskillt man das macht? Ich wollte das mal nach. Und verliere eins. Also, pass auf. Ich zeig dir, wie das geht. Du bist da drauf. Du bist schon da drauf. Jetzt sind die gleichzeitig. Willst du mich eigentlich verarschen? Es kommt drauf an, wann du dahin rennst wahrscheinlich. Ladetechnisch. Oh Gott, ist das assozial. Denk ich mir auch gerade. Und down. Hä? Moment, du bist doch am höchsten Punkt gesprungen. Mit Anlauf musst du das machen. Von, von links, ne? Oder du holst alle auf der Plattform, wenn sie grad nach oben läuft, dann springst du einfach von rechts drauf. Das geht genauso. Würde ich jetzt mal. Schwere behaupten. Die Teile gehen runter und wieder hoch. Mensch. Da denke ich, ich bin sicher. Welche Teile gehen runter und hoch. Das geht doch so. Das kriegst du mir drauf. Okay. Ladetechnisch würde das scheiße sein. Dann kann man nicht mal ins Boot. Ich denke nie daran, dass man ja überlebt, wenn man einfach nur springt, bevor das in die Lava taucht. Du hast den Dämonen gefreit, äh, kannst du mal springen. Da kommt noch so ein Labersäule raus, ich wollte die auf keinen Fall halt erwischen. Ja, okay. Kann man auch so. Ach komm. Ich hab ja extra gewartet, ne? Ja, gut so. Ich hab mich eh wohl für den Viehzeug gebraucht. Aber definitiv für den Starcoin. Sag ich jetzt einfach mal. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein, ja. Wie soll ich denn den holen? Ja. Oh. Okay. Du gehst jetzt nach rechts. Jetzt muss ich zeigen, dass ich's drauf habe. Was ist denn da? Okay, Achtung. Seriously, Nintendo. Hä, was war das eigentlich gerade? Riegelbaums in die Lava gefallen. Nice. Äh, Nintendo, ne? Den P-Switch hättet ihr aber schon für irgendwas anderes nutzen können, ehrlich. Okay, die liegen einfach. Das ist schon betrügerisch, einfach. Komm auf die Münze. Bam, one up. Oh, warte, ich will das machen. Also, ich will das machen. Wo ist die letzte? Huch, ich hab das Vieh gar nicht gesehen, alter. Ich hab meine Füße reingeflogen. Boah, warte, bleib stehen. Ich hab nicht gesehen, wo die letzte Starcoin war. Äh, wo ist da? Ja. Äh, rote Münze war übrigens. Ich auch nicht, also... Das hättest du ja gesagt. Ich hab keinen Plan, was sie da von einem wieder verlangen haben wollte. Bills! Okay. Füße! Hammeriglich. Gut Job. Und nervig. Ich dachte, das Ding macht doch so einen Kreis, aber es hat doch nicht gemacht. Hätte ich auch gedacht. Oh, ja. Oh, ja. Ähm, dann wissen wir jetzt aber, was es tut. Es tut dich verarschen, Tone. Oh, Gott. Oh, Gott. Mein Skill. Oh, ja. Oh, okay. Ich weiß, wie das Ding funktioniert. Oh, ja. Soll ich warten? Ja. Okay. Nur so drin. Nein! Ich hätte aber auch nicht zurückgekommen, ne? Du hast vorgemusst. Ja. Hätte ich schon vorher wissen müssen. Aber da hast du noch gelebt, dann wär ich in dich gesprungen. Oder? Okay, dann hab ich zu langsam gedacht. Ja, dann mag ich 48 Leben einfach nur noch. Ja, ich weiß. Gut, dass ich... ...gefarmt habe. ...aus Langeweile. Normale Menschen schauen bei Langeweile vor. Nicht jugendfreie Inhalte. Na, was soll ich tun? Lass mich nicht. Ich hab gehofft, das funktioniert noch. Oh, ja. Okay. Ist ja nicht schlimm. Meinst du, wir schneiden bis zum P-Switch? Ja. Wir schneiden einfach bis dahin, wo wir warten. So, da sind wir wieder. An dem P-Schalter. Am Ort des P-Schalters. Ah, jetzt kommt gleich noch die enttäuschende Starcoin. Die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffe. Oder willst du sie mal machen? Okay, cool. So, ist das erste in Dortmund. Ich hab gehofft... Ach, egal. EGAL. Ja. Kacken. Wow. You have to keep it up. Go, 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 go. Überdrive mal mich. Don't overdrive it. Aber ich hab's schon überfahren. Ich glaube, ich hab's schon überwacht. Was hast du getan? Schrecklich gefailt. Wahrscheinlich. So, diesmal können wir hier nicht einfach sterben. Weil ich noch ein großes Backup bin. Woho. Ähm. Gut, dass ich nicht schon in die Blase gegangen bin. Ich hatte meinen Finger schon auf A. Nicht in die Blase gehen. Das geht doch danach. Das ist doch zu... Sau einfach. Ja, ich merk's. Ja, ich bin da nur verreckt. Wegen dem Drecks Teil. Aber da hinzugehen ist super einfach. Achtung. Ja, steck doch schon. Ja, steck doch schon. So. Genau. Und dann springst du einmal. Und wir hast es geschafft. So. Boah, wenn du jetzt. Okay. Warte, ich will versuchen auf den Nintendo-Adwaites zu kommen. Sollst du? Was? Keine Ahnung. Ich will's auch mal versuchen. Ich kann ja auch erstmal hoch und dann versuch's los. So, Alter. Danke. Das Ding soll sich bloß von mir fernhalten. So, und jetzt. Meine Spezialfähigkeit. Auf meinen Kopf sprengen. Levels beenden. Ah. Alter. Achso, ja klar. Du bist immer vorausgegangen. Deswegen hast du so wenig Leben. Mhm. Ich hab mich jetzt nämlich gar nicht geschocken. So, what? 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 What have we done? Ich sag mal. Das Dämpfe hat auch nicht wirklich schwer. Wie das andere davor. Das dritte glaube ich war so schwierig. Das zweite. Schwierig.